Ich war im Wald. Da war ein Mann, der mich verfolgt hat. Aber du hast das Haus nie verlassen. Rain, diese Episoden werden jedes Mal schlimmer, wenn du versuchst, deine Medikamente abzusetzen. Ich will ja wieder gesund werden. Ehrlich, das will ich. Bist du deine Fragen durchgegangen? Ist das möglich? Hey, ich bin Caleb. Reagiert sonst noch jemand? Ich freue mich schon, dich wieder im Unterricht zu sehen, Rain. Seid vorsichtig, sonst bekommen wir es mit Carrie zu tun. Alle halten mich für einen Freak. Ich bin anders, du bist anders. Warum sollten wir uns dafür entschuldigen müssen? Kann das hier existieren? Wann stellst du ihm hervor, diesen Caleb? Ich weiß nicht, ob er echt ist oder nicht. Ich bin gern mit ihm zusammen. Geht's dir gut oder hat Rain Angst vor Regen? Es könnte ein Trigger sein. Hilfe! Habt ihr das gehört? Was? Da war ein Mädchen nebenan, es hat um Hilfe gerufen. Dein Kopf spielt ihr Streicher. Was hast du vor? Meine Nachbarin hat ein kleines Mädchen entführt. Sie hält es auf ihrem Dachboden fest. Wir müssen da rein. Rain, Rain, geht's dir gut? Sie müssen ihre Tochter in die Klinik bringen. Sie will, dass du mich für verrückt hältst, um mich so loszuwerden. Weh, Baby. Denkst du, es wäre möglich, dass du deine eigenen Ängste projizierst? Was, wenn ich da oben wäre? Du kannst nichts dafür. Du kannst nichts dafür. Caleb existiert nicht, okay? Du bist krank. Aber ich bin nicht nur meine Krankheit. Sie ist nicht echt. Ist das möglich? Hilf mir! Oh, nicht ihr raus!